Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Matthias von Matz Gitarrenkurse zu einer weiteren Folge in unserer Reihe oder in meiner Reihe zum Thema Warmups und Griffbrettkenntnis. Ja, wir hatten jetzt alle sieben Töne der sogenannten Stammtonreihe, also C, D, E, F, G, A, B, H, C eben und jetzt machen wir eben unser altbekanntes, bewährtes Bootcamp, das heißt wir stellen das Metronom auf Tempo 60 und lassen jetzt jeden Ton vier Schläge klingen. Wir fangen aber mit E an, weil tiefe E-Saite geht. Also eins, zwei, drei, vier und drei, vier, zwei, drei, vier, zwei, drei, vier, zwei, drei, vier, zwei, drei, vier. Jetzt geht's zum F. 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 2, 3, 4 und 3. 3, jetzt zum A und 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 10, 3, 5, 3, 4, 10, 3, 5, und wieder 10, 3, 4, 2, und 7, und 12, und wieder 5, jetzt kommt B, 7, 3, 4, 2, dann 9, 3, 4, 3, 4, jetzt 4, 12, und B-Seite, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 12, 3, 4, 4, zu 3, 4, 9, und 7, jetzt zum C, 8er Bund, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 10, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4 und 8er, 2, 3, 4 und 1er, 2, 3, 4 und 5er, 2, 3, 4 und 10er, 2, 3, 4 und 3er, 2, 3, 4 und 8er. Jetzt gehen wir zum D, 10er Bund und 1, 2, 3, 4, 5er, 3, 4, 3, 4, 7er, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. 3, 4 Siebter, 2, 3, 4 Zwölfter, 2, 3, 4 Fünfter, 2, 3, 4 und Zehntal, 2, 3, 4. So, das gleiche mit halben Noten. Beginnt wieder mit E. 1, 2, 3, 4. Nochmal, 3, 4. Und jetzt 11. Und jetzt key. Und jetzt A. Ups. Ups. Sehr schlecht. So kann es passieren, wenn ich konzentriere, ist B. Jetzt C. Achtung. Und jetzt D. Gut. Ja, wenn man nicht konzentriert ist, schon ist man irgendwie woanders und auf einmal Ups. Ja, deshalb wichtig, beim Üben immer wieder konzentriert und beim Dabeisein zu machen. So, das gleiche. Jetzt aber nur noch ein Schlag. Das ist natürlich jetzt schon nicht so ganz einfach, aber wir kriegen das hin. Also, 1, 2, 3, mit E geht's los. 4 und. Jetzt kommt F. Jetzt G. Und A. 1, 3, mit E. Und sieben. Und sieben. Jawoll, ihr merkt schon, so ganz einfach ist es nicht. Wenn ihr es jetzt aber doch schaffen solltet, bei Tempo 60 das jetzt so durchzuspielen, fehlerfrei, also nicht so wie ich jetzt gerade, sondern wirklich richtig fehlerfrei, dann, ja, Tempo erhöhen. Dann würde ich zunächst auf 63 gehen, dann auf 66, dann auf 69 und so weiter. Weil dann seid ihr immer mehr gezwungen, wirklich zack, auf dem richtigen Ton zu sein. Ja, ich hoffe, das Video hat dich wieder ein Stück weiter gebracht. Wenn es dir gefallen hat, gib mir den Daumen hoch, abonniere meinen YouTube-Kanal, da gibt es noch jede Menge andere Videos auch zu entdecken. Und so bleibst du immer auf dem Laufenden, wenn du einen kompetenten Lehrer suchst, dich unterrichtet seit knapp 30 Jahren und kann eigentlich jedem auf seinem Gitarrenweg weiterhelfen. Weitere Informationen dazu findest du auf meiner Homepage www.matz-gitarren-kurse.de oder komm auf meiner Facebook- oder Twitter-Seite vorbei. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Und tschüss! Und tschüss! Und tschüss! Und tschüss! Und tschüss!